Ja, hallo, mein Name ist Sanara Angelika und ich möchte euch heute mal meine Plattform rlb-lotusblüte Radio und TV vorstellen. Ich bin Betreiberin dieser Plattform und was rlb-lotusblüte wirklich aussagt und ausmacht, möchte ich euch mit einigen Worten hier erklären. rlb-lotusblüte ist ein Sender, der für die neue Zeit zum neuen Bewusstsein wirklich viele Menschen verbindet. Wir arbeiten gemeinsam in einem Team und alle, die im Team hier bei uns sind, sind natürlich stetig bemüht, auch mit ihren Sendungen viele Themen, die interessant fürs Leben sind und eine neue Richtung ins Leben bringen, ja herüberzubringen. Unter anderem Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, meditative Beiträge, Interviews mit Experten, die natürlich auch ihre Beiträge bringen, Buchvorstellungen von interessanten Büchern mit Live-Lesungen und viele Verlage sind natürlich auch bei uns mit angeschlossen. Und dafür danke ich natürlich ganz herzlich. Also, wenn du Interesse hast, schau einfach mal rein, radio-lotusblüte.de, klick einfach an und sei mit dabei und lass dich einfach mal verzaubern von unseren schönen Sendungen und natürlich zwischen den Sendungen auch immer wieder schöne Musik. Und jetzt mal ein bisschen zum Sendeplan. Wir senden 24 Stunden, hört sich wirklich gewaltig an. Jedoch es ist so und wir sind natürlich zu unterschiedlichen Zeiten auch live dann. Das heißt, um 12 Uhr mittags werdet ihr eine Meditation hören. Um 14 Uhr kommt jeweils immer eine Wiederholung, eine Live-Sendung, die schon gelaufen ist, für alle, die vielleicht am Abend nicht dabei sein konnten. Um 18 Uhr haben wir wieder meditative Zeit. Da hören wir wieder eine Meditation, können entspannen. Und um 20.15 Uhr ist wieder die Abendzeit, die Live-Zeit. Und da sind unterschiedliche Themen angesagt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Denn wir bringen so viele schöne, gute, zielgerichtete Lebensthemen, die für jeden wirklich erfüllend sind. Ich lade euch herzlichst ein und freue mich, wenn ihr vielleicht noch ein Feedback gebt, damit wir uns mal austauschen können. Alles Liebe, Sanara Angelika von LB Lotusblüte.